Hallo ihr Löwchen herzlichen willkommen zurück zu einer weiteren folge Ghost Recon Wildlands und der Helikopter hat mich gerade immer abgelenkt ein bisschen ein kleines bisschen wir waren hier genau wir sollen dann einsetzen 054 wir müssen mal hier unten schauen was hier unten zu sehen gibt wo ist denn ich fahre ach ja ich fahre schon was denn ich so was ich denn hier mache ja natürlich kann ich das nicht umfangen schauen wir mal was für ein helikopter wir da klauen müssen und ja ein bisschen mal einen überblick hier verschaffen ich bin schon Mist war gefühlt schon ewig nicht mehr am Ghost Recon Wildlands spielen ich habe nur gefühlt Drohne fliegt da ist einer mit Maschinenpistolen Tango Nummer 3 mit dem Sins 5 Gertazin Gehe in Position Lass mich in Position gehen Sekunde Ziel markiert Okay, Ziel markiert. Ach, scheiß auf. A todas las unidades, comiencen el ataque. Gehe in Position. Brauche neue Position. Moment, suche sie. Ich habe das Ziel. Ich habe das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Treffe an. Gegner am Boden. Ich habe das Ziel. Ich habe das Ziel. Ich habe das Ziel. hab das ziel haben wir alle dann ist ja alles paletti dringen sie dort ein und beschaffen sie die daten ich mache die sache fertig der wird einfach nicht aufsteigen ist das ein Mist ich hasse diesen Militär bei BASEN man ihr hast ihn trotzdem müssen wir trotzdem müssen wir dorthin aber jetzt brauchen wir erstmal ein Auto hey sie stehen bleiben ich muss ihnen das Auto klauen raus aus dem Auto sofort machen sie es nicht schwerer als nötig los geht's so hä ok auf gehts ah ok die sind da oh das sind jetzt auch nochmal 1,5 km das brauche ich jetzt auch nicht überspringen nicht unbedingt welche denn jetzt hier mit was ist mit mir los oh man oh man sorry Kumpel aber ich brauche dein Auto hör aus ohne mich weiter gehen ohne mich weiter gehen die so ja ich da ich bin das ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin sie ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Ich muss leider doch überspringen Ich musste leider doch überspringen Na dann schauen wir mal was ist Ein Störer mein ich Die stören die Drohne Wachtürme, Lagerhallen und... Ist das ein Helipot? Wenn Bowmans Info stimmt ist das Datenzentrum unter der Erde Suchen wir das Kellergeschoss Ich würde gerne den Narum ausschalten Zurück bevor sie dich entdecken So So Gut alles klar bei uns Ich sehe noch einen Tango. So, hier ist ja eigentlich ziemlich wenig los. Ich sehe eine montierte Waffe. Wie schaut das Ding aus? Ich schätze mal so. Ja, so schaltet man es aus. Das ist nur noch gut, wenn ich das andere Teil finde und den Störer. Hmm. Ich sehe einen Soldaten. Da, neben dem Mörser. Scharfschütze im Turm. Aufpassen, du hast dein Geschütz. Ich habe ein drittes Ziel. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Okay, Ziel markiert. Ich sehe das Ziel. Ab einen Tango. Geh auf neue Position. Kann loslegen. Habe einen. Ich sehe ein zweites Ziel. Weg dich hin. Weg dich hin. Meine Güte, was ist denn hier los? Die Soldaten sind in der Waffe, immer. Hier sind die Soldaten im Topepack. Gehe in Position, Ziele fast, bin bereit, lass mich in Position gehen, a todas las unidades comienzen el ataque, hab das Ziel, eröffne das Feuer auf diese Herrscher. Oh man, das kann doch nicht sein, das kann nicht sein Jetzt kann man einfach eine Million von den Typen Er ist tot Da ist ein Sniper, runter Ich gehe in Position, eine bessere Schusslinie Die Scharfschützen Die beschissenen Scharfschützen Hallo Leute, ich bin da Wie lasst ihr mich jetzt am besten rein? Oder wer habt ihr denn jetzt vor, mich ranzulassen? Hier ist Ziel Nummer 5 Wir haben ein Luftabwehrsystem So, schauen wir uns mal ein bisschen um Ich bin unterwegs Ich sehe das Ziel Ziele fast, bin bereit Und das macht der Gibt Zeichen Er ist erledigt Jetzt muss ich noch schauen, wie ich da reinkomme Ich glaube, einfach so öffnen die nicht die Tür für mich, oder? Wie komme ich da rein? Ich habe einen Weg gefunden Aber erstmal muss ich dieses Abwehrsystem kaputt machen Granate fliegt Wir haben einen Soldaten dort, vor dem Bunker Okay, aufatmen Ups Scharfschütze im Turm Letzt nicht mehr Hupsi Na, die Mission geht jetzt ein bisschen länger, aber Hm Wartet, Waffenkiste entdeckt Ich weiß nicht mehr, wie ich hier unterirdisch reinkomme Ich weiß nicht mehr, wie ich hier unterirdisch reinkomme Hier geht es nur nach oben Hier irgendwo, ne Hier So, dann machen wir hier mal das hier noch schnell Hier sind Infos zu einem Care Paket, das an einer ungünstigen Stelle gelandet ist Das sollten wir überprüfen Und das hier noch schnell Und dann ist halt die Frage, wie wir in das Datenzentrum kommen Vielleicht hier Hier Hey, alles grün Ich weiß überhaupt nicht wo Alles klar bei uns Alles klar bei uns Wir haben Gesellschaft, bleib wachsam Naja Wo ist denn der Ausgang nochmal? Naja Geh durch Wo Ich muss jetzt erstmal hier weiter hoch Weil da oben ist noch ein Gebäude Okay, wir sind cool Warte mal Da komm ich nicht rein Oder? Weil die Frage ist, was ist hier? Da geht es auch rein, oder? Oder ist da zu? Ich sehe es nicht Da ist offen Offen? Setze Drohne ein Hier, hier geht es rein Oh, dann war ich doch richtig Hm Aber wie kann ich dieses Teil öffnen? Wie öffnet man eigentlich so Sag ich die Tore? Mit Granaten, oder? Granate fliegt Ne Scheiße Scheiße, glaubst du sie haben die Explosion gehört? Scheiße, glaubst du sie haben die Explosion gehört? Da ist einer mit Maschinenpistolen Da machen wir was anders Da machen wir was anders So So macht man das, so kommt man da Das könnte das Datenzentrum sein Mal sehen wohin der Tunnel führt Finde den Hauptsaber So Alles Paletti Alles Paletti Junge, nächstes Mal nehme ich ein Auto So Junge Junge Da ist noch ein Tango. Noch ein dritter. Verstanden. Unterwegs. Lass mich in Position gehen. Roger. Ziel er fest. Komm schon. Hol dir das Ziel jetzt. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Roger. Ziel markiert. Boah. Alter. Ist er dir. Hab kein Ziel mehr. Hier ist ein Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Bei der ganzen Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. Schieße. Schieße. So, wo haben wir es dann? So, wo haben wir es dann? Und sich vielleicht hoch. Junge, es geht ja komplett nach oben. Wo ist denn der Hauptzahn? Wo war? Ach da. Wenn es der ist. Das ist das Terminal mit dem Zugriff auf das Hauptsystem. Wo schießt er denn? Wo schießt er denn? Ich lade Bomben die Dateien hoch. Ihr passt auf. Hier gibt es Unmengen von Daten. опред geht's. Hier geht's. Ich lade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ops. Ops Ah, jetzt haben wir Granate fliegt Deckung, such Deckung Da haben wir einen ganz schönen Ja Bowman hat alles, was relevant ist. Hauen wir ab Zeit am Boden Moment, ich fahre Ich bin nicht wie Winter Ich bin nicht wie Winter Ich mach das anders Hau jetzt mit dem Helikopter ab und dann ist es gut Ich hab den ja so schön da vorne geparkt Wieso müssen diese Tunnel immer so lang sein Das war jetzt eine echt lange Mission Aber echt lang Okay Gott Gott Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann morgenATE Unidats schmutzige Wäsche, also hat Bao ihn weggesperrt. Holen Sie ihn da raus, dann verrät er uns vielleicht etwas über seinen alten Boss. Könnte klappen. Außerdem wurden vielleicht Leute von uns enttarnt, die wir bei der Unidat eingeschleust haben. Irgendeine Santa Blanca-Ratte hat herausgefunden, wer Sie sind. Und will die Namen einem Unidat-Hauptmann namens Iglesia verraten. Sie müssen diesen Kartellspitzel zum Schweigen bringen. Wissen wir, wo sich das Ziel auffällt? Negativ. Aber wir haben den Standort des Unidat-Hauptmanns. Finden Sie ihn, folgen Sie ihm zu seinem Treffen mit dem Spitzel und schalten Sie den Spitzel aus. Verstanden. Melden Sie sich, wenn sich aus den Daten noch etwas ergibt.